ja okay komisch jetzt muss ich in den bad ass ja alter gott sei dank ist noch gestorben was denn du haben lassen schön dass wenigstens ob es aber nicht abkackt haben kurz ein schwarzes bild gehabt aber scheiß drauf ist ja eigentlich egal ja was ja bei mir da du hast auch kurz weg so viel mäßig abgekackt jetzt weiß ich nicht wenn ich jetzt hier sind jetzt neben mir oder wo bist du erlebt bei mir noch ich bin bei dir freiwillige müssen mindestens 20 Meter Abstand zu den Tierlegenheiten zum Haul halt zum Haul Empfangschef hier Fries friss war ich nicht oh die haben auch so Dinger ah nice ja mal gucken ist er friss ich hab grad so ein bisschen so von meine Fresse ey hä ich hab grad voll so von Haarsprennen hast du eher halt die Fresse Schuster versichert erstmal hier wieder slacken komm her slacken so ja hau mir mal sch- alter so machen wir hier erstmal YOLO hier meins ah jetzt hast du jetzt hast du level up nochmal bekommen hä hä hat die doch eben schon ja hat er doch nicht gespeichert bestimmt f*** dich doch schlägt ja ja damit sogar die schlägt schlägt die schlägt pro mein Penis Penis Bananas hi Banate los das Ding ist so geil ist die mit dem hier falsch das ist mit euch falsch denn hier ich bin gleich tot jaaaa jetzt muss ich aufpassen dass es den Gegnern kommt hau los 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 schneller 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 alle macht das wie alle jedoch die ganze zeit von der seite schon geschwächt dass er dich dass du den besser triffst hab's auch noch geschafft ja ein typ mit feuer killen ist ja auch nicht schlimm ja ja na das hilft bei dem nicht ja wegen diesen scheiß explosionen und wenn du mit einmal nicht weg kommst hast du kacke hast du kackstift ja schon wieder wach bisschen kackstift das stimmt ich war eben nicht tot so Heilung oh gut so ja kopfschoss an kopfschoss haben wir noch schlägt proben hier oben eine brauche noch eine schlägt probe noch okay naja warte mal maja ist doch höh noch mehr richtung hast du alles spiel boah alter haben wir keine automaten du bist doch noch einen du bist frisch oh hab ich wirklich nicht gesehen warte ich lass ihm kurz Leben aufladen ne du ich lass grad ihm Leben aufladen weil du kannst das ja deswegen was achso ich hoffe dass das jetzt weiter lädt ja es lädt weiter dann boah ich mein magen alter boah ist mir warm alter ach mein magen ist voll aufgebläht ja gut ich hab gedrückt ne oh nein oh oh es kann einfach nur ein bossfight sein denitiv bossfight warte mal bevor du weiter rennst ne ja ich hol mal kurz was raus ne waffe Panzerfaust ok warte äh ich nehm die Slack brauchen wir auf jeden Fall dann nehm ich die gegen die die äh 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 ich hab warte den nachladen alles nachladen was geht außer bei den Waffen ne die darfst eigentlich musst du leer schießen die er wegwirft dann verliert er automatisch das ganze Magazin was da noch drin war ja gut ja 21 kugeln sollten reichen bäh ja war ja klar boah ne doch Slashblatt wussten wir doch so ist doch groß jetzt das Vieh naja auch noch fliegen oh man ey das wird nervig alle elemente ok das ist schon kacke ne nicht getroffen und Slack ein ehrlich Ehrlich? Du mal. Oh, Elektrizität. Übertreib! Weißt du wie das ist? Wie Evoli bei Pokémon. Ja, ja. Mit jedem Steiner verwandelbar. So. Aber trotzdem fehlt einem. Tschüss. Boah. Leck. Boah, guck mal. Oh. Boah. Irgendwie war das klar. Das ist aus viel in Ruhe. Ach, können wir ja eh nicht angreifen. Ne. Hab ich. Wow. Oh. Deshalb schaffst du mich nicht, du herrnloser Besser. Gib auf und stell dich, sonst war dieser dämliche Flattermann nur der Anfang. Mixer. Ich bring dich um! Hörst du mich? Hörst du mich! Aber sweet. Boah, bevor du den Kopf weg springst. Aber wir müssen weiter. Bring das Software Upgrade zu Claptrap. Dann kommen wir durch das Sicherheitskraftfeld. Das Control Core Angel abschirmt. Okay. Dann müssen wir lang. Nach Club Troop. Nach Club Troop. Nach Club Troop. Nach Club Troop. Aber erstmal werden wir eh wieder Gegner haben. Oh, ich hab eine E-Malier. Äh, ich schau mal. Nach drüben ist auch noch ne Kiste. Ja. Eine YouTube Aktivierung. Okay. Äh. Okay, da ist mal ne Aufnahme drauf. Ist klar. Haha, klar. Bla 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 bla. Okay, warte. Bla bla bla. Du hast ne Waffe da fallen lassen oder so? Ist ja rausgeschmissen. Nein. Meine. So. Auch wenn ich die drückt halte. Dann legt er die automatisch an. Ja, deswegen. Ich hab mich gewundert. Deswegen hat er die auch weggeschmissen eben. Ja. Gedrückt halten sollte man echt nur wenn man Muni aussammelt. Ja. Wäre klassisch und taktisch sinnvoll. Ja, ne. So. Packen. Pfff. Plak. Sag mir jetzt grad nix. Keine Ahnung. Plak. 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 Keine Ahnung. ab mit der marsch wir sind ob ich voll falsch aber aber auch es passt schon wenn man hier nicht weiterkommt ich glaube wo ich jetzt hier drauf bin sollte man nicht raus sein und scheint ich habe eine potenzielle kammerjägerin gefunden Das ist sicher interessant. Sie ist eine Sirene. Was? Anders als Lilith? Was ist denn das hier? Weiß ich nicht. Die Unterbrechung. Ja. Von der Aufnahme. I don't know. Irgendjemand wird immer geschossen an Zeit. Er hilft uns. Mordecai? Bleibt doch? Ja. Du siehst ja, was jetzt da oben runterkommt, ne? Da oben. Boi. Ich komme von da oben. Oh, weißt du, was das ist? Spacken. Ja, Spacki ist das. Spacken Jack. Ja, tu mal. Hier ist ein Schnellreiser. Nein! Du bist behindert. Ich habe sie auch zu spät gesehen. Das ist ein Problem. Warte, ich gehe nochmal zurück, okay? Weil wir haben da eine Schnellreise. Weißt du, dass wir da eine Schnellreise haben? Du Pisser. Ich, weil das scheiß... Rautending. 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 Da so ein Tor war. Ja, man. Nach... Century! Headshot. Headshot. Du bist so grün. Du bist so grün. Du bist verhiesnig. Klein und schnitt bist du. Man sollte nie Blubwasser trinken mit ganz viel Blub. Blub, Blub. Yo. Classic. Classic, Alter. Das ist halt extra Blub. Vom Feinsten hat das extra Blub. Boah. Boah. Ich muss ja wieder verknappen davon. Boah. Ich weiß, mach un... Ich weiß, dass es hier sind... ...lub. Vielen Dank.